Ich bin hier gerade so ein Kriter und ich habe hier ein richtig geiles Bild bekommen von jemanden, den vielleicht ein paar von euch kennen. Das ist von Makogo. Das sieht einfach sick aus. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ich male ihn in dem Stil, den ich gerade sehr feiere, zu malen. Das hier. Und in so einem Stil werde ich jetzt ihn malen und viel Spaß oder so oder so. Vielleicht sollte ich ihn nicht in seinem Stil malen. Ich mache es zumindest noch mal zu Ende. Ach ja, was ich noch nicht angesprochen habe, mein Layout sieht jetzt ein bisschen anders aus bei Kriter. Lässt sich auf jeden Fall einfacher so arbeiten, auch wenn ich eigentlich das Ding lieber hier hätte. Aber egal, ich gewöhn mich dran. Signieren brauche ich nicht. Was ich vielleicht machen könnte ist, wir gehen zum Google-Übersetzer. Ja, ich habe dir schon mal was angegeben. Ich habe nämlich davor eins für Rico gemacht. Und das sieht super aus. Ähm... Jetzt machen wir... Mako... Go. Und jetzt heißt es Maruko-Go. Maruko-Go. So. Und weil das in seinem Stil ist und nicht in meinem, wie vielleicht der eine oder andere von euch bemerkt haben, so wenig bemerkt haben wie ich, dass ich noch in einem Sprach-Channel bin. Bro. Ja. Ähm... Mach ich jetzt noch eins. Und jetzt mach ich mal an meinem Ziel. Ja. Das ist einfach nicht mehr so, wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020